Moin Karl-Heinz! Schön, dass du hier bist, um unsere Arbeit hier beim Weihnachtsmarkt zu dokumentieren. Ja, die Vorbereitungen liefen dieses Jahr natürlich um einiges routinierter, weil wir ja Erfahrungen aus dem letzten Jahr haben. Wir sind natürlich früh angefangen, weil wir hier einiges aufzubauen haben, wie man sieht. Wir haben ein paar Buden mehr als beim letzten Mal. Wir haben auch ein bisschen mehr Programm als beim letzten Mal. Der letzte Weihnachtsmarkt hat da, ich sag mal, so eine Grundlage gelegt, dass jetzt natürlich auch mehr gekommen sind, die gesagt haben, oh, da wollen wir auch dabei sein. Das ist ja eine gute Sache. Und ja, dadurch, dass wir natürlich heute am Samstag denn auch schon um 18 Uhr beginnen, wollen wir dann natürlich auch fertig sein und gucken, wie das denn heute Abend wird. Das Wetter ist ja heute zum Glück auch so, dass man Glühwein trinken kann. Und von daher bin ich auf heute Abend sehr gespannt und freue mich, wenn da natürlich viele Leute kommen. Und hast du da schon LEDs drin? Da sind noch LEDs drin. Mach doch das richtig da oben. Ja, sieht gut aus. Und dann hast du auch gleich den Übergang von dem Tritt, da kannst du den hier lassen und dann kannst du auch da hinlaufen. Na, die Gulaschkanone? Ja. 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 Wir sind seit heute Morgen 9 Uhr hier bei dem Aufbauen. Und wie man sieht, wir sind rechtzeitig fertig geworden. Jetzt geht's los. Es ist kurz nach sechs. Die ersten Leute kommen, um bei diesem wunderschönen Wetter hier mit angenehmen Temperaturen passend zum Glühwein auch den ersten Glühwein zu trinken. Und ja, alle sind herzlich eingeladen, heute Abend noch vorbeizukommen. Oder natürlich morgen, dann geht's ja richtig los, hier ab 13 Uhr. Und ja, bis jetzt sieht es schon sehr gemütlich und sehr heimelig aus. Die ganzen Buden sind beleuchtet und wir freuen uns auf einen schönen Abend. Wir probieren hier schon mal den Irish Coffee. Und schmeckt er? Ja, doch. Also, wir sind ganz anders. Ganz anders. Genau. Moin. Hier? Hier? Nein, aber. Ich glaube, Maxi. Hier. Ja. Boah. Vorsicht. Immerher, Maxi. Nein, Papa nicht. So, jetzt gehen wir mal nach vorne und nicht oben dran halten. Jo. So, und jetzt bin ich mal gespannt auf die ganzen Videos, die vom Weihnachtsmarkt eingesandt wurden. Mal sehen, was dabei für Aufnahmen rausgekommen sind. Ich bin sehr gespannt und wünsche euch auch viel Spaß beim Zugucken.